Der Herr sagt, ich habe beabsichtigt und es mit einer lauten Stimme angekündigt. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God 20. August 2009 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online-Zusammenkunft für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Schaut, der Herr, euer Gott, hat beabsichtigt und wer kann es rückgängig machen? Meine Söhne und Töchter, ich habe beabsichtigt und ich werde es auch ausführen vor den Augen dieser Generation. Ja, ich, der Herr, Gott von Himmel und Erde, hat beabsichtigt und es verkündet. Schaut, ich habe es mit einer lauten Stimme angekündigt und ich habe es vor euch gesetzt. Die Ankündigung des Herrn wurde hinuntergesandt. Und das, was ich beabsichtigt habe, ist an seinen Ort gesetzt und bereit gemacht. Und das, was ich ein zweites Mal gesprochen habe, ist bekannt. Und seht, das, was ich ein drittes Mal angeordnet habe, kann niemals verschoben werden. Ich bin der Herr. Und das, was ich bin der Herr.